Hallo meine Freunde der Baumärkte. Oh, was sehe ich? Die Assistenz könnte ja mal das Deckchen saugen. Kleine Rüge mal an die Helfer. So, Baumärkte ist das Stichwort. Ich wollte ja mal warnen. Also hier gibt es so eine putzigen Geräte auf diversen Baumärkten. Ist ja egal woher. Also habe ich mir geholt fürs Fahrrad. Wollte mal eine schöne Schraube festziehen. Ist mir nicht die schöne Mutter hier abgebrochen. Besser gesagt die Schraube die hier rein gehört. Die hat es einfach in der Mitte geteilt. Nur weil ich mal kräftig eine Imbusschraube am Fahrrad festdrehen wollte. Also da müsst ihr aufpassen. Aber naja jetzt ist es vielleicht noch ein cooles Butterfly. Kann man ein paar Tricks vorführen. So, das war muss eine kleine Warnung. Tschüss.